Moin Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Repsplay. Oh geil, guck mal, der Stefan hat ja den neuen Skin sogar. Uh, Nigger-Stil, mega geil. So, ähm, ja, wir sind ein 5er Pre-Made-Team heute wieder. Minions are spawning. Ja, und die Minions are spawning. Ähm, ja, wir gehen rechts. Bari, warum gehst du rechts? Willst du nicht links auf Red? Oder sollen wir auf Red gehen? Ne, 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 komm, komm, geht um. Du, Red, und wir gehen rechts. Aber ich find der Stil, also der Skin ist ziemlich cool, aber der wirkt sehr klein dadurch, dass er halt keine Rüstungsteile mehr hat. Sieht sehr klein aus, also ich mit Grimm bin ja echt ein, zwei Köpfe größer als er. Sieht von hinten halt aus wie so eine Leberwurst, ne? Ja, da sagst du was, ey. Die Schlag-Sounds von dem hören sich auch geil an. Muss man drauf achten, so, tsch, tsch. Die Bellica, Rebecca. Ja, die Rebecca. Rebecca, ein nicer Scheiß. So, ich hab hier keinen auf der Lane. Ah, der stellt ein Ward, sehr schön. Ich hab auch noch Wards dabei, übrigens. Aber egal, wenn du einen gestellt hast, dann... Oh, wir haben hier Quang und Nabash. Nabash kommt jetzt. Nee. Okay. Ah, er macht den... Ey, hoffentlich gankt mich Krimera nicht wieder beim Redbutt, ey. Das ist so nervig. Ja. Vorsicht, Quang, komm nach unten. Bevor man Level 3 ist, ist das mit Kalari echt scheiße so. Aber danach geht gut ab. Und so weg? Ja. Ah, da kommt... Ah, Mann ey. Warum kommt denn der Depp dahin? Oh, Quang hat mich... Nee, ich bin down, ich bin down. Mann ey, wo kam denn der blöde Krimera noch her? Ich hab bestimmt wieder irgendwo... ...ne ganze Zeit am Rand gewartet, ey. Kein einziges Camp gemacht und stand irgendwo rechts am Harvest da oben oder so. Weitrenzille? Ja. Ja, ist echt so ein Depp gewesen, ey. Hab mir direkt gemerkt. Da war ich wieder ein bisschen zu greedy. Ich hätt auch noch den Board da lassen können, als ich wusste, dass ich sterbe. Aber egal, kriegen wir hin. Wir wissen das ja, am Anfang mit Grimm sterbe ich immer als erstes. Wie denn so, Schlampe? Oh, oh, oh. An sich ist ein Murdoch recht weit draußen, ne? Äh, ja. Das musst du mit dem Bari ausmachen. Geh jetzt erstmal gleich ein Board noch stellen. Da, 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 da. So. So. Der hat nicht weggebumst. Aua, was will der mit seinem Kackschwert hier? Lass weg, sonst kommt da mehrer noch. Mach halt noch keinen Schaden am Anfang, ne? Das ist halt schwierig. Muss halt auf Schutztotem gehen. Also, ich hab mit dem Minions Vorstand das Spiel überlassen, oder? Boah, wenn du ein Last-Wit machen kannst, dann mach ruhig. Das ist ja eh aufgeteilt. Ja, eben. Ja, klar, aber geht ja. Ein bisschen aus Friesen. Ja, solange die jetzt hier so nah am Tower sind. Boah, ein Schieße. Murdoch ist Meister, ne? Meister-Skin. Kann nix zu sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, das Ding ist halt, weißt, die Spiel seit Anfang an, ne? Ja. So, und hab noch kein Champ über sieben. Also sieben ist der Max, ne? Und dann hauen so Leute so diesen Quang in einer Woche so auf. Ja. Man kann auch am Tag 100 Spiele spielen und dabei alle verlieren und trotzdem Level 10 Quang haben. So, ja. Am Tag 100 Spiele, das will ich sehen. Ja, das nid, aber, ja. Ich hab ja insgesamt noch nicht mal 300 gemacht. Ach, Mann. Der Scheiß Quang, ey. Quang. Wollte mal wieder irgendwas komisches reinpatchen oder das Spiel weiter kaputt patchen, sollen die erstmal irgendwie Buns einpatchen, ne? Buns? Allerwichtigste, ja. Ach so, für die Helden oder was? Ja, dass du vor der Runde Buns kannst. Ach so, ja. Mit immer kein Mara Bun, Alter. Kein Bock auf den mehr. So ein Low Champ. Ich find ihn halt voll so simpel zu spielen eigentlich, weiß nicht. Kannst du deinen Watt placen, bevor wir so weit nach vorne gehen? Ja, mach ich. Vom Style her find ich den cool so, aber... Ja, der ist halt leider viel zu... viel zu low und viel zu gehypt. Ja, aber ich find den trotzdem geil. Also der macht mir auch ultra Bock zu spielen, einfach. Weil du kannst so rein crashen... Ich finde halt Animationen langsam. Ja, das stimmt schon. Der ist auch nicht perfekt, weißt du, weil du hast überhaupt kein Escape. Aber du kannst so rein crashen und einfach so auf die Fresse hauen. Das macht so Bock einfach. Ja. Halt nix für können. So, hol den Nabel, hol den Nabel. Ja, ich bin zu langsam. Scheiße. Das stimmt. Ich hab ihn nochmal getroffen. Oh, jetzt krieg ich auf die Fresse. Oh, 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 oh. Vorsicht, dass ich wieder Besuch bekomme. Ja, ich geh auch erstmal back. Kannst du noch hierbleiben? Ja, du bist ja eh noch voll. Yo. Genau, Gegenteil von Akalaria. Primera ist übrigens bei mir. Ja. Ich geh back, dann kann ich mein erstes Item auch voll machen. Akalaria ist somit einer der schwersten Champs, find ich, ja. Darf ich miss? Wahrscheinlich back. Ja, der war ja auch fast down. Oh, Kev, Alter, was geht bei dir? Ein Jungle. Maximal rausgeholt. Ich seh, jetzt hast du keinen Jungle-Schlüssel? Doch, doch. Ich weiß. Achso, Jäger hast du dabei. Ja, und dann... Ja, der einzige, mit dem man mit Galaria am Anfang vorankommt. Ja, sonst stürfst du ja allein beim Red Buff. Also, ich kann mit Level 1 schon den Red Buff machen. Easy. Dann mach ich die Camps. Dann stelle ich die Sammler. Mach ich noch die anderen zwei Camps, dann bin ich Level 5 mit 6 Punkten. Nice. Bin jetzt Level 3. Ich fange immer mit White Camps an, weil die bei Minute 2 ja respawnen. Dann schaffst du zwei Stück und dann respawnen die direkt wieder und dann hast du wieder zwei. Oder du kannst einfach warten, bis die Level 2 sind und machst sie dann. Ja, auch. Ja, kannst du auch. Ja, ich werde hier gegangt. Okay. Oh. Und ich war im Tower. Ja, kein Mara halt, ne? Junge, Junge, Junge. Werft ihr mit seinem Stöckchen hier rum? Kann die Rebecca sich mal verpissen? Ich will shoppen gehen, ne? Also links kann ich wahrscheinlich nicht halten. Aber da steht ein Wort. Backer back, aber es lohnt sich nicht für mich, weil ich noch ein Last Hit brauche. Alter. Warum kommen mir so viele Minions vom Himmel gefallen? Weiß das nicht. Nee. Aua, hier ist Quang, hier ist Quang. Jo. Wow, 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 wow. Alter, macht der Schaden. Aua, was denn jetzt? Alter, warum kriegt ihr denn so viel Damage? Hab dich denn jetzt aus dem Leben gefickt? Alter, keine Ahnung, ich hab gar nichts gesehen. Ich hab nur die Treppe aus Nahsicht gesehen und dann hab ich auf die Fresse bekommen. Ach, scheiße. Ich konnte mich nicht bewegen, gar nichts. Er hat wahrscheinlich, wahrscheinlich mich gestunnt. Er hat mir ein Sammler schon gestellt. Und dann, ach hier, Ulti hat er gemacht. Er hat mich wahrscheinlich gestunnt mit der Keule und ist dann neben mir gestanden mit der Ulti drauf. Das ist dann eine miese Brieze mit dem Scheiß. Äh, Narbesch. Ich hasse den, gell? Das ist mein meistgehasster Held in dem Game. Also, wenn ich ihn selber spielen muss, krieg ich die Krise. Aber er ist auf jeden Fall effektiv. Ja, mit seinen Trommeln. Ja, vor allem diese Keule, weißt du? Du kriegst ihn einfach in die Fresse und bist erstmal gestunnt. Kannst erstmal gar nichts mehr machen. Vor allem wie lange. Ja, das ist so... Eigentlich denkst du, so eine Kackattacke, aber die ist so stark einfach. Hat jemand Chimera gesehen? Nee. Rebecca, geh nach Hause. Machen unsere Minions auch Schaden, Alter? Was gehen wir mit ihnen ab? Okay. Ich hab nur einen Kartenpunkt, dann bleib mal ein bisschen defensiv. Ich geh schnell weg. Alles klar. Gibt ja gar keinen Schaden, ey. Wer? Rebecca. Rebecca. Hast du zu wenig geskillt noch? Alter, es ist der fucking Quang hier. Komm, komm, komm. Jawohl. So. Sauber. Haben wir noch gut zerflegt? Dann wirft er wieder mit seiner Scheißkeule rum, der Penner. Na, jetzt trommelt der und füllt im Quang wieder die Leben auf. Wie lange das jetzt gedauert hat, bis die tot war? Geht die auf Rüstung oder so, die Rebecca? Ich verstehe. Schaden und Mana. Die hat jetzt selber wie ich. Start der Quelle. Ja. Das war shit, dass die so viel aussieht. War gerade schon gut, Tanky. Also meine ersten zwei Hips sind eigentlich... Deine E, Rechtsklick, zwei Raketen und ne Ulti. Plus deinen Schaden reinhauen. Ekelhaft, ey. Junge, Junge, Junge. Und dann ne Ulti noch ready? Meine ja. Myra ist auf dem Weg nach rechts, glaube ich. Ah, okay, dann... Also zumindest ist er nach rechts in den Jungle verschwunden, so. Ja, dann lass es lieber aufpassen, ich stelle da ein Wort. Ja, da unten wurde auch ein Wort gestellt, Vorsicht. Ja, der war aber vom Nabech da. Okay. Toll. Verlass den. Ich habe noch ein Wort dabei. Okay. Lass das nicht contesten. Rebecca wieder da. Und ich habe keine Mana mehr. Stell mal den Wort weiter oben hin, da können sie ihn nicht kaputt machen. Den Murdoch könnten wir uns holen, links gleich. Keine Ahnung, wo Kamerra ist. Und außerdem steht da ein Wort unten, pass auf. Und Murdoch ist gerade weg. Vorsicht, der ist hier bei uns. Murdoch ist rechts. Ja, dann Ulti auf den drauf. Murdoch? Ja, Kamerra ist hier rechts. Okay. Sag, wenn du so nicht bist. Go. Jo. Ja, ich sitz auch. Murdoch ist in der Base. Jo. Kamerra war bei uns auf der Seite. Ja, der ist gerade in die Base geportet. Ich habe gerade dem seinen Icon in der Base gesehen. Hä, wie das denn? Weiß auch nicht, ich habe den auf jeden Fall gesehen gerade. Okay. Na ja. Kannst du den Wort weg machen? Die Rebecca kommt nach links. Ja, deswegen aufpassen. Nein, die Rebecca kommt jetzt. Ja, den musst du eher weg machen. Ich muss auch gerade weg gehen. Ich muss gerade weg gehen. Ja, krank. Weil... Äh... Boah, Rebecca ist da. Hab's gesagt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Geh noch ein bisschen. Vielleicht kommt der Hidekick. Kamera, kriegst du ihn? Was? Die hat mir die Ulti gegeben. Ist die blind? Hahaha. Alter. Wo kannst du den Fettsack? Ich komme aus dem Hive, bitte. Am Tower. Der holte den Fettsack. Oh, scheiße. Nee, jetzt sehe ich mehr. Nee, jetzt sehe ich mehr. Was soll ich da machen, ey? Der springt in den Tower rein. Warte, ich mache den Wort mal weg. Ja. Na, das soll sich um heilen, glaube ich. Mann, nee. Kannst du nur Ulten? Kann ich. Mach mal. Ja, nee. Ja, doch. Doch, gemacht. Oh, leu. Kommt nach rechts. Egal. Hast du einen. Superschön. Okay, lass komplett back. Quang ist da. Quang ist da. Wie viel Leben hast du noch voll? Dann lass mich kurz back gehen. Alles klar. Weil ich habe sechs Punkte und keine Wards mehr. Aber gut gemacht. Ich bin den Kerl gekillt. Was mache ich denn? Stab der Härte erst mal. Wir wollen wahrscheinlich Tower holen, oder? Wir müssen schnell nach links. Was macht denn die Bellicates da? Oh, oh. Die pushen Tower. Dann einfach reinholen. Das wäre Frieden, glaube ich. Tower ist weg. Ja. Die gehen jetzt zurück auch. Ja, die waren halt zu dritt hier dann. Wann wollen die das denn endlich patchen? Irgendwer hat doch nachgelesen, so, dass die das wieder richtig patchen wollen. Beim nächsten patch ich jetzt mal Dienstag oder so. Will ich mal hoffen. Patch ich noch immer dienstags. Ekelhaft, ey. Vorsicht, hier läuft es von Mitte hin. Viel mehr ist kaputt gemacht. Ja, ich finde das so krass, man kann nicht mal einmal back gehen, weißt du, ohne dass der Tower direkt fällt. Das ist es. Das ist es. Kamerra, der haut sich gerade ein bisschen live-seel an den Minions hoch. Und dann kommt der Tower und macht den Solo. Ja. Das ist besser gesagt, so. Ja. Das ist ein Wort schwer. Ja, ich mach vor gerade sagen. Ah, hier ist jemand. Ja. LOL. 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 Alter, steht ihr da in dem Brunnen, ey, was geht mit dir? Ich hab null Damage bekommen von hier aber okay. Heiliger Cracked Junk, ey, was geht mit ihr ab? Heiliger Cracked Junk. Das hab ich halt immer noch kein Wort. Oh je 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 je. Das ist okay. Komm da weg. Neu. Ja, ich muss auch passen, dass ich dich bin. Nice, 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 und? Nein. Nein. Egal. So knapp. Au, 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 au. Oh, hast du doch. Oh, Ulti abgebrochen. Uh, nice. Oh, Fick dich. Oh man. Die Ulti von Camera alleine abgebrochen und dann kommt so ne scheiß Murdoch Ulti. Oh. Oh, der mit seinem blöden Stöckchen, was er da wirft ey. Ich bin doch kein Hund, Alter. Sei glücklich, dass du nicht Iggy spielst, läuft dann auf dem Stöckchen hinterher. Alter, macht die Schaden. Mera Mitte, Level 12 ist der Junge schon, ne? Komm mal auf die, kannst du reinulten? Jo. Oh nein. Oh lol. Da ne. Alter. So, komm dir nicht weg. Ja, komm mal so um. Okay. Gut, gut, gut. Komm, geh einfach weg. Hab ihn gesloten. Oh, komm, 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 gib ihm noch. Gib ihm noch. Nein. Jawoll. Okay, komm zurück, komm zurück. Wir bekommen Besuch rechts, wurde gesagt. Da ist Murdoch. Fuck, der macht mich. Nein. Nein. Schilder. Ah, dieser Murdoch, wie der mich aufregt grad, ey. 5-1 hat er auch schon. Lambrute. Lambrute. Wie spielt er denn Tokens, Tokens? I am gut. Ja. Lambrute, heißt der. Der heißt, äh... Lambrute. Gefiedet durch Ulti, heißt der. Ja. Wow, 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 der wollte grad, oh, kommt der nach da hinten? Ja, der ist am Tower. Ja, der hat grad zum Harvestor geholtert. Guck mal, linker Tower. Jo, hab ich gemacht. Wow, nice, nice, nice. Kommt jetzt. Nice, mach ich. Bin auch am Weg nach rechts. Links müsste fallen. Ja, links ist da. Ah nein. Leicht verrechnet. Schade. Ich bin noch im Hide. Ah, doch, hat gereicht. Ja, guck, Murdoch ist auch noch da. Rauf, drauf, drauf, drauf. Ja, komm, 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 komm. Schieß, schieß. Jawohl. Belegt auch. Hat natürlich nicht gereicht. Weiß nicht, weiß nicht. Alter, hier sind 100 Leute. Jawohl. Mit dem Dolch noch getroffen, ey. Ich bin down. Wurzeln, verpiss dich. Ja. Er ist auf Camera. Push mit, Bari, Bari, push mit. Go, go, Camera. Push, Camera. Ja, die sind alle hier. Camera, pu... Au. Alter, die Ulti von Nabesh. Oh, 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 die ficken wir noch. Ja, komm, den Chimera, Chimera. Jawohl, sehr geil. Unten, 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 unten. Nabesh, Nabesh, Nabesh. Jawohl. Nein. Oh, Murdoch hat einfach geschossen. Ich war im Hide und hab mich getroffen. Oh, Mann. Weg da raus, 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 raus. Okay, super. Pass auf, da ist noch Black und Blue. Den darf der nicht bekommen. Sonst kriegt der Mana und dann ultet der euch. Okay, hat sie. Dann, dann port it back. Bin gleich wieder da. Einer müsste links gehen, bitte. Ja. Wenn einer da ist. Jetzt sofort. Ja, okay, dann muss ich erst links gehen, Leute. Ja. Ja, ich muss backporten. Links ein, zwei Waves machen und dann kannst du wieder... Ja, dann geh wieder rechts, Spurze. Ich brauche in der Mitte Hilfe, bitte. Ja, wir können nicht jetzt auf alle Lanes. Du hast nur, hast nur einen in der Mitte. An der Lanes hacken lauter Tausende. Ah, der Murdoch, ey. Der hat halt einfach durch die Ding geschossen, ey. Ich war im Hide, ey. Das ist so lange nicht. Oh, der Tower hat ein bisschen was abbekommen hier. Ja, durch die Ulti auch, in der Mitte. Also ich kann gleich nach... Wie viele sind rechts? Nur Murdoch, oder? Nur Murdoch. Ja, Murdoch. Ja, dann sollten wir uns den holen, oder? Ich muss back. Hab ich ne Murdoch-Ulti gehört? Eben, ja, man ja. Ja, hat die gemacht. Er ist nicht ohne. Geht am Tower. Ich mach jetzt hier noch eine Wave und dann... Oh, krass. Na, Belly. Wir haben versucht mich zu ganken in der Mitte, aber jetzt brauche ich bitte Hilfe in der Mitte. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg. Äh, äh, Dingens kommt nach rechts. Quang. Biss dich, Alter. Scheiß Tower-Dive-Kind, Junge. Okay. Okay. Okay, Tower down. Echt. Echt. Echt Kinder-Champ, Junge. Bist du da, Kalari? Ja, ich kann ulten. Okay. Ne, bleib bitte kurz hier, dass wir den Power machen, den Tower machen können. Ach so. Kulte, und die laufen in den Tower, in meine Ult, und die interessiert das gar nicht. Das sollte reichen, weg, Kevin, das sollte reichen. Die Minions klären das schon. Weg, Kevin. Ich hab schon 123 Energieschaden. Na, ich bin nicht so sicher. Die Minions hätten den Locker gemacht. Äh, okay, gut. Ist rechts noch einer? Wo sind die hin? Ja, rechts hier. Oh, hier ist Nabash bei mir. Dann geh weg. Mehr Damage, als ich gerade drin hab, geht kaum. Ja, ich bin jetzt hier runter. Kommst du weg? Achtung, Achtung, Achtung. Mördok, Mördok. Mördok, geh auf Mördok. Ja. Nabash, ich block ihn. Ich hab ihn geslaut. Hier ist noch einer, Quang. Aaaaah, hat mich mit der Ulti genommen. Ich hab wohl gerade rechtsklick drücken, aber egal, den killt ihr. Mhm. Da kommt Kai. Oh, kein Mördok. Dann jetzt auf Kai, hol den Red Buff, Kalari. Mhm. Rechts, rechts, rechts. Schön. Jetzt, Bellica, mach Bellica. Die hat weniger Leben. Na, da ist das Ding. Egal. Auf. Hier, Bellica, Bellica. Bellica, Bellica. Bellica, Bellica. Bellica, Bellica. Loll, er trifft nix, er trifft nix, alter. Ja, ja. Ah, das ist weg. Mann, das war halt diese scheiß Mine. Die hat mich übelst gefickt. Ja. Mit jedem Hit. Du hättest keine Attacke machen sollen. Ja, aber das war ja das Problem. Ah. Ach, die geht nur bei Skills. Immer wenn du einen, immer wenn du einen Skill machst, schießt sie dich ab. Ich dachte jetzt auch bei Auto jetzt. Deswegen bin ich nicht drauf. Ah. Ne, das wär ja Imba, Alter. Ja. Weiß, ey, jetzt haben wir einen verloren quasi. So, vier, drei. Okay. Nicht link. Der linke Tower bei denen ist nur noch bei der Hälfte. Ja, die machen glaube ich den OP. Kannst du mal gucken gehen, hast du Bots dabei? Kurzem. Ja. Bin unterwegs. Ansonsten knallen ne Ulti rein, wenn die kurz vorm, äh. Ah ne, warte, die sind in unserem Juggle. Die sind bei unserem Blue. Ja, die sind bei unserem Blue sind sie. Genau. Pass auf. Geh da lieber weg. Ja, pass auf. Da ist schon einer hinter dir. Ah, kannst ja rausescapen. Naja. Das macht dem Camera nix. Der hat grad eben schon unterm Tower ignoriert. Ja, das ist übel, ne? Das ist so der, der richtige Champ, den die nur gebaut haben für Playstation 4 Spieler. Echt, ey. Mari, gehst du ins Mitte? Bin auf dem Weg. Okay, nice. Unser Stefan spielt noch gerne. Unser Ritze. Ja, ich spiel keinen einmal auch gerne. Ich spiel den auch ganz gut, aber... Du bist ja inzwischen auf Computer umgestiegen und spielst mehr Murdoch als, als Camera. Ja. Was aber nicht unbedingt, äh, besser ist. Ja, aber... Der hat sich gefreit von den... Fesseln... Der... ... der... ... Pack-Lubigkeit. Wir brauchen mehr Sicht. Pass auf, Sonic, da ist eng. Wer sind da, wer sind da rechts, Quang? Hier ist Murdoch bei mir. Da ist Murdoch. Boah. Was ist? Ich kann mal den Blue-Buff haben, ne. Ist der da? Oder wir haben hier ein Ward gesetzt. Da ist Murdoch. Pass auf, Murdoch. Ah, jetzt regt er seine Kack-Mine dahin. Äh, Kalari Links, linke, linke Lane. Ja, mach ich. Die EP-Lanzer. Oh, okay. Achtung, Schreck, Mitte. Boah. Boah, die Minions ficken mich übel, man. Äh, Mitte, wir brauchen Mitte. Alter, wir brauchen Mitte. Wir brauchen Mitte. Oh, da. Sind alle da. Ja, dann komm, komm. Ja, aber wir gehen jetzt... Zwei gehen nach rechts. Guck ein bisschen auf die Karte, Leute. Äh, sind alle noch hier. Geh hinten lang, genau. Einer müsste mir helfen, gleich links, weil... Ach du Scheiße, ja, geht jetzt nicht. Dann, äh... Dann geh ich kurz rüber, dann geh raus. Ja genau, tauschst du mit dem... Ich kann halt... Die Minions, die töten mich. Das ist krass. Scheiße, Mann, ey. Alter, guck dir das an. Die Mörder kann mich jetzt tot ulten. Ja. Fisch dich, Mörder. Ja, die sind halt alle immer zusammen, ne? Mhm. Krieg dir das zu zweit gehalten? Spurzeln muss ich im Notfall deine Ultiways nicht. Ich muss weg. Ich hab kaum noch Leben. Sonst bin ich tot geultet. Ja. Lass mir, wenn der Murdock ansetzt. Okay, bin weg. Einer muss auch rechts, Alter. Da geh über rechte Flanke, Barry. Über rechts? Ja, einer muss rechts. Jawohl, bin auf dem Weg. Aber du solltest jetzt in die Mitte gehen. Du hast weit genug gepusht. Ja, okay. Okay. Aber auch über Red Buff gehen, ne? Ja, ja, ich spiel. Ja, die sehen mich, scheiße. Brauch kein Wort zum Aufdecken. Ey, ihr müsst einfach nur die Lane halten, bis ich hier ein, zwei Waves gemacht hab, dann komm ich wieder zu euch. Dann regelst du das, ja. Ne, aber dann kann ich euch unterstützen. Wir haben halt hier auch ein Board von uns im Jungle, ey. Warte, ich hol mir nachher an Bord, wenn ich zurückgehe. Ah, Quang, left, links wieder. Äh. Ich würde ja gerne den Murdock ein bisschen fisten, Alter, weil der ist auch nicht so krass tanky. Ja, ich kann ihn ulten. Ja, aber die sind, warte mal, die haben da keinen Tower. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen aufpassen, die haben alle schon ein, zwei Level über uns. Nicht alle, aber grad die, die die Damage machen. Also wenn einer links mitkommt, ulte ich Quang. Gut, pass auf, komm mit, eine Wave machen wir noch gerade hier. Dann, äh, Steal, komm mal mit kurz. Jo. Warte mal, hier ist der Black Buff weg. Okay, und jetzt weg hier? Ich weiß nicht, wo Quang ist. Ganz längs, eigentlich. Nee, der ist nicht mehr hier. Wir sind Bellica und Shrek. Rechts noch Sammlergestalt hier schon. Mal einer den Red Buff Warden, bitte. Ich hab keinen Ward mehr, leider. Ich hab mit dem nächsten Backport habe ich Ward. Muss auch gleich back, ich hab neun Punkte übrig. Wenn du D-Wave clearst, Kevin, dann schaffen die Minions ne Tower alleine. Ja. Oder fast alleine. Okay, komm, ähm. Okay, Murdoch ist schon da, also kann ich knicken. Lass mal Backporten, okay? Also ich porte mal kurz weg. Okay, der sieht auch nicht. Okay, ich muss auch mal weg. Okay, halt du mal bitte, ich muss shoppen. Jawohl. Dankeschön. Hey. So, ich geh auf noch nen Stab der Härte. Mach auch Leben rein. Bin ich auch grad am Bauen. Ja, man muss noch Leben irgendwie. Ich hab jetzt... Ich hab nur keine Leben da drin, ist mir aufgefallen. Ich hab in zwei Stab der Härte. Also im einen hab ich ne Einer Leben. Und im zweiten Stab der Härte ne Dreier Leben. Mein Howie Deck ist komplett auf Damage und Cooldown nur. OP mal Warden, oder? Da ist gar nix an Leben drin. Ja, sonst macht der Kai den. Quang und... Geh über die rechten Ladens. Ich geh über die rechten Ladens. Äh... Warte mal. Ne, der Murdoch. Kannst du den Murdoch ulten grad? Kalari? Ja. Mach, 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 mach. Schnell, 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 schnell. Okay. Da ist rechts... Was geht links grad? Da kommt noch so ein Troll zu euch. Sonic. Ein Troll. Ein Ork. Oh, ich brauch hier Grund. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh. Eine Mine ist noch hochgegangen und hat ihn wieder aufschleudert. War richtig knapp, Kalari, Mann. Ja, ich hab ihn aber mit der Q noch ein bisschen weggehalten. Achtung, Chimera links sind auch inge... Ich bin schon auf... Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Auf zu cheat, Chimera. Achtung, der kommt noch... Was? Rebecca oder so? Dann porte noch einer back oder so. Ja, ich konnte aber mit Dreck. Also, ich hab hier Bellica bei mir noch auf der Lane. Oh, der ist downlanet. Lol. Kinderkacke. Was? Wow. Ey, Mitte. Warum ist er so schnell gestorben? Ja. Weil das Spiel lächerlich ist. Echt? Man wird jetzt sagen... Ich würde jetzt sagen, weil keiner auf die Map geachtet hat. Ja, aber die waren doch alleine oder nicht, der Kai? Und du warst ja da. Nein, du siehst doch... Du siehst doch, wenn die die Minions pushen, siehst du das doch. Oh, Mann. Das ist lächerlich, dass das Ding so schnell fällt, ey. Ja, dann müssen wir uns mal anfangen, das zu nutzen zu machen. Naja, es waren zwei... Es waren wirklich zwei Champs hier. Quang und Chimera. Achso, Quang war auch da? Ja. Soll. Ja, guckt bisschen auf die Map einfach. Dann seht ihr... Ihr seht ja das... Wenn die pushen, seht ihr das ja durch unsere Minions. Was geht da hinten? Kriegt ihr denn? Alter, ich hab grad einen Leck. Ja, kommen die Stückchen. Ganz zur Runde noch. Mit einmal auf die Map geguckt. Ist ja kein Marathon, ey. Boah, Merlock. Ich bin halt direkt... Ich bin halt direkt hin, aber gegen zwei... ist chancenlos für mich. Ja, klar. Wenn ihr keine Wards mehr habt oder so, dann geht ruhig einfach weg. Besser ist, wir haben Vision und laufen nochmal den Weg anstatt... Die haben unseren Red Buff gewordet. Ja, hab ich hab den schon. Ei, 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 ei. Ah, nee, warte mal doch. Ah, jetzt hab ich das falsche Item geholt. Nein, ich wollt grad ihren Jungle worden, aber... Ah, Mann. Mörder-Mitte. Wir könnten uns den eigentlich holen. Können wir uns Mörder holen? Ja, macht, macht, macht. Ihr seid so da. Ah, der ist aber noch. Der Quang, oder? Ja, ich komm auch noch. Ah, wow, da ist ein Wohl. Ne, lasst euch nicht kalten, lasst euch nicht kalten. Nein, nein, weg. Mach die Wave in der Mitte und dann irgendwie weg. Und dann aufpassen ein bisschen auf Links jetzt. Ich brauch immer noch einen Links jetzt zusätzlich. Äh, die sind beim OP. Die machen den. Okay, ja. Ja, dann... Lass mal alle sammeln und dann gemeinsam rein. Naja, bis dahin ist der down. Nein, nein, die machen die nicht. Noch nicht. Achso. Wir sind zu zweit. Lass mal sammeln. Aber wir müssen auch Links aufpassen, ne? Ja, dann geh doch noch. Dann musst du doch noch Links. Ja, die sehen mich. Lass mal deren Ward da kaputt machen, oder? Die haben zwei hier. Wow, Alter, dein Ernst. So, ich bin bei euch. Bisschen Luft haben wir Links. Frank steht Links. Vorsicht. Achtung, Kamera kommt. Oh nein, der ist auch nicht. Oh. Neue. Lauf. 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 Nein. Ul, die hat bekommen. Okay, mich hat's zerfickt. Hat die alle down? Nein. Ah, fucking krank. Oh nein, ey. Oh nein, ey. Oh nein. Oh nein, ey. Oh nein, ey. Ich hab den Org fast bekommen. Ein Witz, dass das Portnard den AC kaputt macht. Wie viel? Wow. Oh nein. Oh nein. Konntest dich nicht mehr unsichtbar machen? Ne, ja, im Flug habe ich versucht mich unsichtbar zu machen, aber. Wasser Backporten links bitte. Eis auf den Tower. Oh. Die machen jetzt den OP und dann müssen wir gucken, dass wir das jetzt irgendwie noch abgewählt bekommen. war so eine Scheiße. Boah, sind da viele Alter. Oh scheiße. Junge, Junge, Junge. da kommt noch eine wave jetzt haben sie den ort dass die minion sollten ja der 0 kommt auch ein schaden guck mal bin auf dem weg ich gehe kurz auf die rechte lane macht du mal links bisschen weiter noch haben jetzt in den op die haben ja 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 wiederholen kann man jetzt auch nicht mehr das ist ja die scheiße mittler mitte erst haben sie es ja so gepatcht dass es geht war ja richtig geil eigentlich ja ich fand das auch allein die idee voll cool weil da kannst du es voll spannend machen so und ich habe lieber eine spannende runde und verlieren ganz knapp als dass ich hier direkt so eindeutig verliere so weißt du weil ich will ja auch noch die chance haben irgendwie auch noch aufzuholen das kann angeblich beschwert sich ja irgendwer dass die runden zu lang sind ja ja ich weiß gar nicht wer wirklich seine dumme kinder die bis zwölf uhr vor das internet ausgeht ist die kacke bellica aber die will ich jetzt nicht schaisen weil die den op hat auch quang ist hier im dschungel der steht hier scheine starten die gleichen backdoor deswegen habe ich ein wort schon mal dahingestellt ich bin am arsch und ich bin am arsch das ist so lächerlich mit den worts als ob sie riechen dass ich da bin das soll jetzt unnötig gestorben alter die bellica mich fickt oh diese hundesöhne ne alter jetzt bin ich weg klar kamera wie weit willst du noch springen alter jetzt bin ich mann alter vom tower gold Achtung von hinten wie kommt denn der da hoch ja der ist hier rechts oder links der ist zwischen links und rechts ist der gelaufen bei der liga im rechten tower gell also im rechten innapp gleich lanza komm nach vorne an den tower er warte doch nur darauf dass du außer tower range gehst oh je ja ok wenn er mich fokussend hast du wenigstens zeit hinzuficken dafür ist dein tag da lol ok könnt könnt aufgeben alle in nips down ja 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 das war nicht so was meine katze probiert gerade durch einen spalt an der tür rein zu kommen und strengt einfach nur die pfote dadurch anstatt dass sie einfach die tür aufdrückt strengt sie nur die pfote durch ah jetzt macht sie männchen an der tür komm maffin drück komm oh schön oh man ja muss die door pushen junge 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 kennt der seine katze auch nach lebensmitteln ja meine letzte katze hieß keks keks meine heißen muffin und mia aber die namen passen auch richtig gut gut also erstmal pamarillos ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge und äh dann stay pam würde ich sagen tschüss anzug bitte markiere meine feinde denn danach kannst du schnell das abonnierenfenster einblenden klick da drauf dann habt ihr mich auf dem radar denn das ist im battle wichtig damit dir nichts verpasst halt du tritt mir in den arsch damit ich feinde in den arsch trete schick den kommentar denn das heilt und das spart leben viel mehr energie müsst ihr nur daumen hoch drücken denn mein highscore kann sich nicht einfach so füllen ach du scheiße ich habe verbindungsbrot das ist ja Vielen Dank.